Wie bekommt deine Unternehmensseite mehr Follower, Einladungen, passende Inhalte, Werbung? Beim ersten Punkt bei den Einladungen hat sich jetzt einiges getan. Bisher konnten ja nur Admins einer Page ihre Kontakte einladen. Mittlerweile darf das jeder. Du musst der Seite dazu nicht einmal folgen und du hast insgesamt 50 Einladungen. Nicht pro Seite, sondern insgesamt pro Monat. Wie funktioniert das Ganze? Ich bin hier auf der Seite von Natalia, ich bin hier nicht Admin und du findest die Funktion im More Button. Wenn du hier auf Invite Connections klickst, dann poppt dieses Fenster auf, wie wir es auch schon kennen von Event Einladungen. Es stehen hier auch die gleichen Filter zur Verfügung. Also du kannst Branchen, Unternehmen und so weiter auswählen. Allerdings auch wenn du das hier machst, musst du anders als bei den Events die Personen einzeln anklicken und auswählen. Es gibt keinen Select All Button, nur einen Unselect All. Und wenn ich jetzt hier 5 Personen einlade, verbrauche ich 50 meiner 50 Invitations. Wir machen das mal. Und wenn ich jetzt auf eine andere Page gehe, zum Beispiel Schaffensgeist. Ich mache mal einen Reload hier. Da auf More Click habe ich ebenfalls das Invite Connections. Und diese Credits, die dürften nicht so schnell abgedatet werden. Ich habe vorher ein bisschen rumprobiert und ich habe da immer 50 stehen. Ich vermute mal, dass das die Einladungen pro Monat sind und nicht die Einladungen pro Monat und Page. Denn das könnte zu einer ziemlichen Invitation Flut führen. Und was fangen wir jetzt damit an? Nun, zum einen müssen findige Unternehmen nicht mehr Mitarbeiterinnen temporär zu Admins machen, damit diese ihre Kontakte einladen können. Und ich denke, im Rahmen von Corporate Influencer Programmen, im Rahmen der internen Kommunikation, macht das natürlich hochgradig Sinn, motivierte Mitarbeiterinnen, eben Corporate Influencerinnen, auf diese Funktion hinzuweisen und sie auch zu bitten, die gezielt natürlich in ihrem Netzwerk einzusetzen. Thanks for the follow, bro!